ja hey leute herzlich willkommen bei silenttuber gaming und meinem neuen video zu call of duty mobile heute zeige ich euch die neue map es nennt sich der käfig oder auch cage genannt er wird hier vorgestellt spieler sind 10 auf dieser map und das werden wir uns heute mal anschauen ich habe eine neue waffe entdeckt für mich mit der wo ich super klar komme ist die s36 und mit der sniper werden wir heute zocken dann starten wir gleich mal das erste match team das match auf cage so dann würde ich mal sagen starten wir gleich ein spieler wird noch gesucht da warten sie das ist die s36 kopfloser reiter nennt sich der skin ich komme mega gut klar mit dieser waffe und ja mal schauen wie die runden jetzt so laufen fangen wir mal an fangen wir mal an laufen wir mal hier rein zack bumm äh erste da oben nur einer nein den habe ich übersehen hier unten okay kein problem da hatte die PDW ich finde die map macht mega bock das ist eine ziemlich schnelle map so wo sind sie da unten sind ein paar zack erwischt da haben wir noch keiner nein den habe ich nicht mehr bekommen oder hinten ist noch einer da haben wir wieder nur ein assist oh schade nicht geschafft probieren wir es gleich noch mal ja da war einer zwei wunderbar doppel abschuss sehr nice weiter geht's jetzt von hinten wird geschossen geh mal lieber wieder hier rum hier kommen welche ja zack da war noch was da ist noch einer auch okay der hat mich erwischt schade bis jetzt siehts ganz so nice aus von den Punkten her wir führen noch 27 zu 23 alter der hat mich mit der Sniper erwischt wir werden aber heute auch noch auf dieser map mit einer Sniper zocken hier gibt es auch den Modus nur Sniper da muss jeder mit der Sniper spielen auf der map da habe ich auch schon getestet mal gucken ob es kommt so Killer Drohne ist verfügbar die haben wir jetzt gleich noch raus gucken ob es jemand erwischt nein hat sie mich wieder erwischt ich glaube ich mit der Pistole ehrlich bam so jetzt gehts ab brauche ich nur noch Gegner nein und da ist die Runde vorbei jetzt habe ich die Mega Waffe und dann vorbei aber wir haben gewonnen das ist schon mal gut er hat den letzten Kill gemacht ja das Aim lässt auch zu wünschen übrig so jetzt bin ich gespannt wie viel ich erwischt habe ich war bin nur dritter schade egal hauptsache gewonnen nur 9 9 9 zu 6 ok wenigstens mehr Kills wie gestorben und zack bumm gleich eine neue Freundschaftsabfrage bekommen so starten wir gleich nochmal Team Deathmatch auf Cage so wir sprayen mir was drauf ich finde dieses Motiv recht nice sieht cool aus so S36 ausgewählt und los gehts in 8 Sekunden starten wir die Runde mal gucken wie sie läuft letzte war ja eigentlich sehr nice da haben wir gewonnen so gehen wir gleich mal hier rum und zack gleich gestorben wunderbar so fängt eine Runde wunderbar an wenn man gleich um die Ecke läuft und gleich stirbt und gleich nochmal wunderbar da kommt Freude auf so wenn mich jetzt noch mal jemand erwischt ohne dass ich jemanden erwische aber dann da gibt es Stress da war doch gerade einer da oben hier wunderbar erwischt so langsam da sehe ich welche einen da war doch noch einer oder 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 habe ich mich getäuscht doch hier bam hier boah ok das ging mir zu schnell das habe ich jetzt nicht so ganz überrissen Punkte sind wir leider etwas hinten aber hier oben guckt einer raus hinter mir ist noch einer wo bist du hier zack erledigt so hänge ich hier fest wo 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 ich brauche gegner ich brauche gegner zwar viele hier war einer was ist hier los hier geht es ja ist gleich vorbei werden wir nicht mehr gewinnen jetzt war es nicht ganz gereicht wir haben gewonnen und ich glaube ich habe den letzten abschluss erreicht so macht das ganze fang ich war schon wieder nicht erster schon wieder nur dritter was ist denn los stufen aufstieg stufe 93 zu bekommen abschüsse alter was ist denn los vielleicht noch mal testen so das match wieder auf cage sollen wir mal die sniper probieren oder noch mal mit der s 36 worten wir mal ob das spiel startet aber was nämlich ist 36 oder sniper graffiti hinspray ich glaube ich nehme ja nehmen wir mal einfach die stinknormale sniper ja mal gucken wie es mit der läuft ab und zu spiele ich auch mal gerne sniper aber lieber maschinenpistolen und zack bumm gleich den ersten erwischt bam und der zweite da war wo war er da ist noch einer dahinten bam und der dritte da oben ist einer jawohl auch schade habe ich vier erwischt und dann wurde ich umgebracht da habe ich was gesehen da oben war voll vorbei aber doch noch erwischt ab und zu muss zwar ziemlich schnell sein mit anvisieren und abdrücken er erwischt er schaffe ich noch ein komm 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 da war's ich lauf mal so schnell da hinten hin und her bis ich da zum schuss kommen da sind sie schon wieder weg probieren was was der anderen seite das war einer von mir der stand genau neben mir misst da kommt bestimmt einer nein doch nicht müssen wir wieder hier oben ein bisschen aufpassen oder von der seite da oben 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 kommt runter nein wollte ich gerade abdrücken aber hat mich leider erwischt egal 28 zu 21 sieht nice aus bis jetzt die runde der brennt und von hinten kam wieder einer schade ich glaube ich müsste mal das visier der sniper wechseln es hat so einen extremen zoom das taugt mir nicht habe ich nicht so viel im blick ok da war ich zu langsam guck mir mal erledigt ok schon vorbei aber wieder gewonnen sehr nice dritte runde in folge gewonnen mal gucken auf welchen platz ich jetzt bin wo schießt denn der rum so aber ich denke mal wahrscheinlich wieder dritter platz so wie in den beiden runden zuvor auch so ok mit der sniper wurde ich zweiter nice nice 11 abschüsse ok sniper war ich jetzt besser wie mit der s36 dann würde ich sagen probieren wir gleich noch mal mit der sniper team deathmatch wieder auf cage so das wird aber jetzt die letzte runde in dem video sein da haben wir noch ein graffiti hin zack 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 spiel hat noch nicht angefangen aber ein bisschen rum bollern wie die gestörten zack 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 schön immer auf den kopf zielen mit dem messer schlitzig auf komm her zack so ein spieler brauchen wir noch aber irgendwie dauert das zu lange momentan will keiner jetzt geht es los ok oder bauspieler wurde gefunden nehmen gleich wieder die sniper und dann würde ich sagen jetzt mal richtig vorbeigeschossen wieder vorbei alter alter jetzt treffe ich ja gar nichts vorhin ließ gleich so gut mit der sniper von anfang an und jetzt nur vorbeigeschossen aber jetzt der wort zu schnell der kommt bestimmt hier ist schon einer von meinem team abwarten hier da war eine ohne wieder vorbei sehr nice nur macht das fun aber ich habe ihn noch erwischt er war anscheinend auch zu schlecht zum zielen um mich zu treffen zack da bin ich leider gestorben zack schön in den rücken geschossen sehr nice hier sind ein paar gegner treffe ich einen wieder in den rücken ok der kommt bestimmt wieder da raus bisschen zurück geht ja nach oben nein oben nicht da ist er hier ist noch einer den treffe ich nicht nur ein assist bekommen aber cool dass ich nicht gestorben bin auch den wollte ich messern nicht geschafft und jetzt wurde ich nein ich wurde nicht gemessen sondern mit der pump gun erschossen da war ich wieder zu langsam hier noch einer uah der steht genau vor mir hat da aber ein teammate erledigt dieser map spielen viele mit der pump gun pats pats pump gun könnte ich auch mal wieder eine testen habe ich ja auch schon lange nicht mehr gemacht dieses ist bisher muss ich echt jetzt einmal ändern so jetzt wechseln wir mal wieder auf die s 36 ich will jetzt wieder ein bisschen action irgendwo hinten rumstehen und mit der sniper warten bis ich einen erwische ein bisschen rumraschen es ist ok erstmal nachladen ah mist ich bin doppel abschuss und dann haben wir jetzt leider verloren die letzte runde er mit seiner pump gun pats 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 da war einer habe ich gar nicht gesehen ja leute jetzt haben wir vier runden gezockt ich denke das reicht jetzt für dieses video jetzt gucken wir uns noch die kills an ja ich weiß dass wir verloren haben aber wie viele kills habe ich geschafft und es sind wieder elf ok so leute das war es ich hoffe das video hat euch gefallen und auch die map würde mich freuen wenn daumen nach oben da lässt und wir sehen uns beziehungsweise wir hören uns im nächsten video haut rein leute bis dann ciao ciao es es va es es wie